gut menschen auf dem boden so fritz willkommen auf meinem blog ich überlege ob ich das zu meinem geburtstag auf dem toll lp-kanal hochladen da bin ich mir sagst du das ist auf jeden fall ein grund des hochzuladen wer will noch alles ja ich habe ich habe die 50 abonnenten geknackt ich habe jetzt 53 aber ich wollte ewig ein 50 abonnenten special gemacht haben und seitdem habe ich schon drei abonnenten zu bekommen statement also ich bin im first und ich glaube jetzt werde ich ein bisschen fame geiler und will die ganze zeit mit dir rumhängen weil du kraftfühler abonnenten hast ja stimmt aber wir haben jetzt ein problem wenn der julias älter sind wir im marsch holen wir sich das weg raus da hast du noch eine flasche sagen dann nimm die bitte mit die nehme ich mit das ganze die ganzen sprüchen wir haben hier wird jetzt gehen wir zurück die ist bewusst dass es kommt alles in den block aber in das partei links dessen bad ja ich komme mit so letztlich die könnte darauf in ruhe und und spaß haben okay ihr wisst wie ihr zurück also ich werde diese teile nicht überleben ich habe jetzt noch ein bier ich hoffe die überleben ist da aufs setzlett wenn nicht sind wir dann komplett am arsch ist mir zurück weil da die leute singen und ich habe bock mir noch ein sanjana zu orkeln und natürlich auch noch eine mische das ist ja ganz selbstverständlich wir haben hier diesen baum ich werde das in nächster zeit so hart als vlog hochladen und alle leute werden sich daran erfreuen so jetzt kommen wir wieder zum feierort ich hoffe es ist noch niemand gestorben und da werde ich jetzt erstmal die leute ansprechen ob sie denn auch überhaupt spaß haben auf dieser feier weil ich in keine ahnung eine stunde oder so 18 da sind die menschen hey angel das ist der blog das muss ich rauspipsen aber egal willst du was für den blog sagen also sagen wir so wenn ihr wirklich euch hart besaufen wollt nehmt saure gurken mit das wasser von sauren gurken sauerkraut das wasser von sauerkraut und noch mehr saure gurken wir müssen einen handschlag machen dass du im blog bist und vor allem saure gurken du bist jetzt im blog ja ich stimme zu dass ich gesehen werden soll im blog ok du bist im blog und ich wünsche euch gutes saufen meine kollegen ok dann gehen wir zu der nächsten person ja ich habe sagen ja gekauft das ist der blog der blog für tolle apple es kommt ein blog was für ein blog bist du wenn du wenn du wenn du handshakes und sind wir bist du in dem blog dabei würden sie was sagen zu meinem geburtstag ich habe noch nicht geburtstag ach so dann weiter das gute ja aber mehr saufen ich habe neue ich habe auf und deswegen ist das auf und deswegen ist das trink auf und dreh auf das ist wahnsinn Ja, Säppel. Ist sie sich bereit? Gib sie mir auch ein bisschen. Toni, ich mach nen Vlog. Ja? Du musst handschoken, dass du mit dem Vlog dabei bist. Statement? Du kommst auf nen tolle LP Kanal. Ja, Statement. Ähm, Statement. Dir hast du noch ein bisschen sagen, Reha? Feinster Suff. Feinster Suff. Trink. Zu Vino sag ich Nino. Zu Vino sagt ja Nino. Ein toller LP. Das wird auf YouTube hochgeladen. Warte, muss ich kurz noch sagen? Guten Tag, mein Name ist Christoph. Kommen Sie nach in die irgendwelche Straße und sauft sie mit uns. Tim! Das kommt auf tolle LP. Wollen Sie was sagen? Wuuuuhhhh! Wuuuuhhhh! Tom, als wir der Video gecuttet haben damals. Ja, das war geil. Mein Schrei. Ey Tom! Guck mal hinten her! Guck mal hinten her! Guck mal hinten her! Das kommt auf YouTube. Okay, geil! Komm, komm! Ja! Wer ist dieses Felsen? Du bist jetzt gerade auf YouTube. Möchten Sie ein Statement sagen? Ich will, dass du mit mehren Trinks... Ja! Komm hier! So weit... wie möglich! Es ist wie ein Auto, ne? Lass mal hingehen! Ja, lass mal hingehen! Alter! Nach Hause! Tim, du bist wirklich gerade auf YouTube. Bist du dir bewusst, ja? Ja, egal. Ich lade das auf meinem YouTube-Kanal hoch. Egal! Würden Sie was sagen zu der YouTube-Kommun... Alter! Du bist immer noch... Ja, ich war immer noch vlog! Soll ich meine Meinung zu LGBTQ sagen? Nein, dann werde ich gebannt! Ey! Wir sind gerade auf YouTube! Tim! Dann hier! Tim, machen Sie auch einen Vlog? Nee! Ey, Binsko und... Johann... Schau mal ein, dass du auf dem Vlog dabei sein willst! Du bist jetzt auf dem Vlog dabei? Hupen und Johann kommt gleich vorbei! Ja, okay! Ist mir egal! Gut! Dann gehen wir zu den nächsten Personen! Die Fliege war nicht dumm! Die machte Somm-Somm-Somm! Hier! YouTube! Wenn ich besoffener bin, dann schon! Ich film dich nicht, okay? Ich film mir dann FC Bayern-Zeichen! Du darfst nicht filmen! Ich dachte, ich film mir nur das auf YouTube stellen! Ja! Wenn ich nachher nackig tanze, dann schon! Ich tanze mit dir nackig, Digga! Ja! Es ist mein 18. Geburtstag! Kann ich da tanzen nackig? Ja! Wir tanzen da alle zusammen nackig! Guck mal! Ich hab nichts drunter! Ich hab nichts drunter! Hast du was drunter? Nee! Ruben kann auch mit uns nackig tanzen! Wie findest du das? Ich auch! Aber ich bin... Ey! Aber jetzt mal no joke! Komm mal mit! Ich zeig dir mal was! Ja! Was denn? Siehst du das? Alter! Guck mal was ich gefunden hab! Ja! Kriegen wir die zu zweit? Ist die leer? Ja das ist mehr drin! Ja dann holen wir ne neue! Wo ist Sangria? Warte wir gucken erstmal hier ran was hier noch drin ist! Uh! Da haben wir noch ne Pfeffi! Alter! Noch so ein... Wie heißt das Ding? 28 Black oder so? Und ne Jägermeister! 28 Black? Nee das ist ein... Das ist ein Jägermeister! Trinken wir den kleinen Jägermeister? Oder was? Reiert da wer? Ja kann sein! Lass doch die Reiern! Julius! Du musst es da rauf filmen! Hast du den Jägermeister jetzt? Ich muss gefilmt werden! Hol den Pfeffi und den Jägermeister raus! Alter ich hab gestern schon mal getrunken! Lass den Pfeffi trinken! Und den Pfeffi nur! Nichts mehr kotzen in deinem Garten! Ey! Ja das ist... Das ist... Ey! Wo ist... Da ist... Da ist Sangria! Das ist noch voll! Warte! Das ist noch voll! Oh! Julius! Bitte! Julius! Julius! Ruhm! Mehr Sangria! Ich muss Sangria trinken! Mehr! Mehr Ruhm! Mehr! Stimmst du dazu dass du auf Youtube gepostet wirst? Ja! Okay! Ein Buddha! Ein dicker Buddha! Ey! Ich zeig euch jetzt einen Eimer! Okay? Kommt mit! Mit einem eckigen Eimer? Okay! Kommt mit! Guck da! Ist Sangria rum! Ist es wirklich noch Sangria rum? Dann fängt ihr und nehmt ihr den Strohhalm! Können wir dich einen Krichter kippen? Digga Tom! Sagst du wie ziehen wir uns aus? Digga Tom! Halt doch! Halt doch! Alter! Alles klar Meister! Jo! Digga Tom! Digga Tom! Digga Tom! Digga Tom! Digga Tom! Ja! Lass doch die Leute dir lieben! Geh mir ein Handschlag dass du einfach schön bist auf Youtube zu kommen! extra rum hier sagen wir aus den Eimer, willst du es aus dem Trichter trinken? ja, darf ich nicht für den Kippkart oder bitte? ich habe Trichter zum Geburtstag geschenkt bekommen aber kann man das zu machen und dann erst ausdrehen? ja, kann man in einer Stunde müssen wir Patrice wecken in 50 Minuten müssten wir sowohl Patrice als auch schütten ok, Deal bist du bereit dafür? Ruben, kriegst du das runter? Ruben, das landet auf YouTube, das ist dir bewusst ich halte es, ich halte es ich filme aber auch, ich halte es aber in Richtung war das alles? ja denn nochmal? ey Elias, Trichter mal ich würde mir das anstoßen Elias, nein, Trichter ey, wo ist die Chemie sein Problem? keine Ahnung, wo soll das sein? ey Ruben, kannst du filmen wie ich Trichter? ja Marc, komm ja ja ok, na dann ey warte, nein, noch nicht, du brauchst noch nicht laugen alles gut warte, nein, du brauchst noch nicht das kommt nicht, Tim, das kommt noch nicht das kommt noch nicht du brauchst noch nicht laugen du musst mit dem Hebel hier aufmachen jetzt warte, nein, noch nicht du musst erst durchlaufen warte, warte, warte warte, hier ist noch Luft drin jetzt jetzt hoch damit, hoch, da kann man auch hoch halt, nicht rüber geben Tim hoch Tim Tim ja warte, hier ist noch Luft drin da ist noch Luft drin jetzt ne schade ihr seid zu bescheuert ne ihr müsst erst zu machen ihr habt es nicht verstanden, oder? warte, ist zu digga komm digga Tom, hier läuft es gerade gerade ja, jeder kackt ab hier Ja hier, guck mal! Ja trink! 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 Trink das! Trink das, trink das! Knie dich hin! Knie dich hin! Knie dich hin! Wir müssen auch noch aufmachen! Knie dich hin! Ey, Janis, du musst mal ein bisschen nachdenken! Und heb halt hoch! Warte, warte, warte! An's Maul! Jujus, jetzt los! Gib's mir, doggie, 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 doggie! Trink jetzt aus, jawoll! Wir haben ja irgendwas reingepunktet! Komm, wir trinken beide, komm! Was ist das, die Leh? Nee, es ist gemischt, es ist gemischt! Es ist wirklich gemischt! Ich muss morgen auf Moped fahren! Ja, ich triff nur sagen! Aber wenn ich wirklich auf YouTube komme... Ja, ich geh ab nächste Woche live! Nee, übernächste Woche, Montag! Übernächste Woche, Montag, geh ich live auf Twitch! TZBEST! Alter, ich geh live! Nein! Der schöne Feffi! Aber mein Zeh! Mein Zeh! Scheiß auf Janus, der Feffi! Wie lange bist du schon? Ja, weil du jetzt nicht vorgebaut hast! Schmeckt's? Statement! Ich grad... Oh, ist geil! Tim, bleib einfach hier! Alle! Nee, Digga, ich muss morgen in Urlaub! Ich hau ein Uhr ab oder so! Und dann... Rum! Dann hab ich die ganze Zeit mit den Opfern hier mischen gesuft! Aber... Ja, deswegen sagen wir ja! Ich war der Einzige, der 50 für dich! Ey, ich auch, Janus! Tom hat auch 50 für dich! Ich auch, Janus! Boah! Ich dich auch! Janus, ich zeig dir das! Ey, Studler, Studler, Studler! Ja, rein, 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 rein! Ey, ey! Janus, ich hab doch fast Bock mit dir FIFA zu spielen, Digga! Weiter laufen! Ich hab auch FIFA 21! Du hast gar kein FIFA, Digga! Klar hab ich FIFA 21! Junge, halt! Studel, Studel! Ah, Junge! Ich bin völlig nass! Landwitsch, Digga! Ich weiß nicht mehr, woher! Ich weiß nicht mehr, woher! Der Jägermeister! Ich gewähre dir, den aufzumachen und den ersten Schluck zu nehmen! Ojo! Jägermeister, Runde bin ich auch mit! Was hast du gerade gemacht? Warum hast du drauf? Du, du zieh! Der Geschmack gerade! Ach so! Musst du mal draufkloppen, Marc! Sag das so! Und dann? Dann machen wir jetzt eine Jägerrunde, Meister! Meister, wir machen eine Jägerrunde! Jetzt erst mal an Julius! Sehr schön! Ich kann es immer noch nicht trinken! Wahrscheinlich vom Kahn aus! Warum ist das denn das? Wichsflücher von mir! Würdest du nicht anfassen? Hast du gerade erst Cola getrunken? Safe, man! Das sind die besten Mission! Yo, 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 yo! Warum mache ich zu viel? Du hast recht Geburtstag! Ja, safe! Tom, du hast in 3 Minuten oder so Geburtstag! Ja, in 4, glaube ich! 4 Minuten, ja! Du hast recht! Ich bin gleich die Einnahme, wie wir so achten! Ich setz mich! Ich setz mich! Ich setz mich! Nee! Wo sollen sie leben? 15 Sekunden! 15 Sekunden, Leute! Top! 15 Sekunden! Nur 15 Sekunden! 15 Sekunden! 5! 5! 5! 1! 3! 4! 5! 5! 5! 5! 2! 3! 3! 2! 3! 3! Es ist 5 Jahren, 6 Jahren. Du bist komplett nass. Ja, ich wollte Geburt durch. Ich freue mich schon auf Montag, ja. Patrick, danke, dass du mir alles zum großen gewünschen hast. Guck mal, das ist nur Strom. Zum 81. Patrick geht's dir gut, ja. Du brauchst dir mein Geschenk, Digga. Ja, jetzt kannst du es auf den Tisch, Digga. Kannst du ein Red Bull bekommen? Ja. Ich will ihn trinken. Ich will ihn trinken. Ich will ihn trinken. Bei dir? Ein Statement zu meinem Geburtstag. Schöner Geburtstag. Hier, ein bisschen Red Bull, einfach nur pur. Sagst du, wir mischen mit dem Liga? Liga Meister, oder? Liga Meister, okay, let's go. Automusik, komm mit Automusik. Okay, Automusik. Nein, ich muss erstmal Jägermeister trinken. Boom, Jujus, wir trinken jetzt Jägermeister mit Red Bull. Das kommt alles auf YouTube. Mit Ben Bull. Ja, aber nur Red Bull, wir haben hier Jägermeister. Ja, dann los. Warum bist du eigentlich so drauf? Tschüss. Vielleicht ist das tot, irgendwie was auch. Ja klar, komm, ich will es haben. Was anderes? Ich habe gebrochen. Echt? War es aber leiser, oder was? Ja, gut. Ich kann nicht mehr reagieren. So, wo ist der Jägermeister? Patrick? Nein! Wo ist der denn? Patrick! Wo ist der Jägermeister? Jujus? Jujus? Nee, Max? Nee, der ist so. Warte, ich lasse mich kurz überlegen. Luca. Guter Jägermeister. Ey, krassig, Guter Jägermeister. Ich habe noch mehr, wo wir den holen. Komm mit, dann holen wir den. Da ist er! Da ist er! Komm, haut mal Jägermeister hier rein. Wenn wir den Jägermeister kippen, den hier rein. Da ist der Jägermeister. Reim auf den Aufgetreck. Ich habe nur eine Angst. Und... Patrice lebt wieder! Er lebt wieder! Er lebt wieder! Ja, er lebt! Komm, alles Gutes. Na, ich darf nicht. Hey, lass dich gemerkt. Komm. Danke. Du lebst nach Patrice. Du musst dir doch sein Geschenk geben. Was? Ich habe ein Geschenk? Ja, das ist die Geräte. Aber es ist wirklich gut sein Geschenk. Okay. Und, Follower? Ja, die will achten. Frisch im Urlaub gekauft. Sagst du, es ist passend, dass ich aufgehauen war? Rechtsradikale Sprüche aufzuhören. Denn damit finden die anderen nicht wieder an. Safe, oder? Ja. Ich muss sagen, denn die anderen fühlen sich richtig ab. Was ist das, was los ist? Der fucking Patrice hat mir gesagt, ich soll aufhören. Komm, mach Zeit, ich mach nicht. Das ist immer noch ein Video. Ich bereue es wirklich nicht, dieses Sprangrecht zu machen. Denn ich bin wirklich... So, was haben wir, der? Ja, es gibt mir das. Dreh es auf. Dreh es auf. Dreh es auf. Dreh es auf. Dreh es auf! Wollte die Goldkrone? Komm. Komm. Und die Goldkrone. Es kommt bis zum 18. Es kommt bis zum 18. Um am Montag fahren wir mal hin. Soll ich mal kurz mit einem Movieshow über dieses... Ja, wenn du bereit bist. Ja, wenn das Video blitzig ist. Digga, Gershkogs, wir müssen wirklich unbedingt mit dir wieder feiern. Es ist einfach nur fickig. Es ist wirklich zu köstlich. Es war so köstlich. Gershkogs! Gershkogs! A-Faix-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Marconius, wie sieht das los? Er hat so ein kleiner Kopf, ne? Aber dafür liebe ich dich, Digga. Ich liebe dich auch. Ich bin schon ein Koffener, aber du musst einfach einfach nicht rasseln. Trink! Was ist das Bier für dich? Das ist Bier für dich. Ich will, Anja. Wir gehen jetzt durchs Zelt. Wer ist da beim Penta so alles? Guck mal rein. Nein, da kannst du nicht durch. Ruben, da kannst du nicht durch. Wir müssen jetzt zurück. Nein, Rückzug. Das ist ein Seil, du Schwein. Wir holen jetzt was zu essen, ja? Ey, wer ist das? Das ist Lukas. Hi Lukas. Geil. Komm, wir holen jetzt was zu trinken. Nein, aber Heizmaul. Heizmaul. Nein, Lukas, komm bitte nicht mit, sonst wird's hier noch stressig. Ja, okay, wir holen gleich was, okay? Wir sind gerade auf dem Weg. Ich bin da vorne. Da kommen Äpfel runter. Heizmaul. Nein, kein Stress. Wir müssen hier einfach durchgehen, dann sind wir zu Hause. Dann kann ich hier ganz mit Spaß meinen Sang hertrinken. Willst du ein bisschen Sang hier? Ja, doch. Doch, doch, wo ich echt mit isse. Jo, Egi, Alter. Das ist richtig. Hier trink. Rum, das ist dein Gebiet. Wir gehen jetzt hier rein. Dann lass es hier auf. So, jetzt trink den Sang hier. Also hier ist voll warm drin. Oh. Boah, Alter. Ich habe nämlich nichts mehr an. Gibt es was zu essen? Ja, deswegen sind wir ja hier. Da haben wir Toast. Ja, die sind los. Und hier haben wir Würstchen, aber die sind nicht gerät. Nee, die sind nicht gerät. Dann haben wir hier Melonen. Nee, ich auch nicht mehr. Aber nicht. Hier haben wir Chips. Nee, Gerard. Gerard? Kannst du essen? Ja, kannst du essen, das ist... Ehre. Willst du das wirklich essen? Meine Kamera ist so verschmiert und man sieht nichts mehr. Wenn du kosten musst, deinen Zwarflecken bitte. Ach, sowieso? Ja, lass den Sang hier mitnehmen. Was ist denn das? Ist dieses Würstchen? Hm. Ah, das ist das Hammer, ja. Weißt du was? Ja, die Pizza drin ist. Ja, halt voll. Meine Hand ist gebrochen, glaube ich. Weißt du, wie sehr das... Digga, kannst du auch so machen. Ja, Digga, das tut jetzt nicht gebrochen. Weißt du, wie sehr die weh tut? Hm. Ist nicht gebrochen. Wenn du so machen kannst, dann kriegst du es nicht gebrochen. Warum? So? Ja, wenn du so machen kannst. Na, acht auch machen. Aber es tut weh. Jetzt wollen wir, Digga. Kannst du so machen? Ja, nimm den mit. Alter, das ist sogar kühl. Da haben wir aber auch noch. Das ist der gute Sang hierher. Ja. Trink. Ne. Das soll ich erstmal trinken? Ja. 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 Das ist deine Message an die Gesellschaft. Mehr Sangria. Fick Lukas. Fick Lukas und mehr Sangria. Nachname. Und mehr Sangria, ja? Mehr Sangria. Sicher? Ja, das film ich mir auch noch. Schmeckt dir den Würstchen? Ja. Das kommt alles auf Youtube. Wir haben eine Entdeckung gemacht. Ja. Wir haben den Nudesalat gefressen. Versanya. Ja. Ja. Und dieses Fass ist einfach leer. Aber. Wir wären ja nicht auf dem Dorf. Hätten wir... Essig, Digga. Warte, gib mir den Sangria, dass ich nachdrinken kann. Ja. So. Ich werde das jetzt nicht sagen. Ja. Diesen Essigstrink. Apfeer-Essig. Warum ist das eigentlich so unscharf? Mach deine Arschwomme rein. Das ist... Hau einen mit. Arschwomme. Hau einen mit. 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 Entschuldigung, sagst du, wir müssen jetzt erst schlafen? Ja, sicher. Safe. Oh scheiße, könnt ihr das Feld in der Uhe lassen? Ich weiß nicht, ist da jemand drinnen? Wo ist denn Vivien? Die lebt doch gar nicht mehr. Die lebt doch wohl in dem Zelt irgendwo, in dem Auto. Alle bekommen! Keine Ahnung, aber, 1, 2, 3... Hey! Jetzt kaputt gebrochen! Das ist für mich gefälscht! Schni schnappi 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 schnapp Wir wollen uns hier! Wir wollen uns hier! Scheiße, Mann! Besser? Ja! Kleine Idee! Wie spät ist es? Bibi? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie ist der? Ich bin nicht überdrückt! Lukas? Geh mit! Wie hast du anderes? Keine Ahnung! Deine Freundin! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ja! Hier! Schnappi 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 XNi Space! Jaa! Sture! Here! Statement Ich gehe jetzt schlafen Konterbier Onkel Ben Onkel Ben Onkel Ben Statement Onkel Ben Warum trinken wir eigentlich Becks? Weil ich hier auf irgendetwas gekleckert habe Gehen sie rein Was ist eigentlich mit der Schlafkabine? Löwe Ben Tal Löwe Ben Tal Löwe Ben Tal Leben sie noch? Ja Hallo Geiler Arsch Geiler Arsch Löwen Tal lebt noch Sehr gut Viel Spaß jetzt Gute Nacht